Oh, die sind hier irgendwo closed. Ich glaube im nächsten Haus drüben. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Ja, Gibi steht hier hinter der Tür. Ok, ich hab halt nur eine P20 und... Ja, Schild bei dir. Ja, Schild bei dir. Oh, der Spiel hat schon passiert. Echt. Mit einer anderen Kostik. So. Heilen aufgestellt. Ja, ich habe keine Heilung. Ähm, ich hab auch nur Schildzellen. Pff, der ist One-Shot. Der? Ah, perfekt, super. Ich hätte eine schnelle Sipplein, aber... Die kommt glaube ich gleich hoch. Ich bin oben. Sehr gut. Der Ring ist in der Nähe. Weniger als eine Minute. Ich weiß nicht, dass der hinter uns kommt. Ich hab das jetzt irgendwo unten gehört, dass wir... Die schießen von der anderen Seite. Die Gänger schießen auf mich. Lade meine Schilder auf. Nur noch 30. Die, die. Die runter. Nein. Die schießen auf. Die. Die 72. Ist wieder mit der Sipp dann rüber. Okay, ich heile mich mal eben. Die Wraith ist unten, ist eine Deathbox. Keine Ahnung, was die Dornat hat mich reingefügt. Kommt, glaube ich, jemand hoch? Ja, ich hör's. Was ist denn da? Dritter ist Stockwerk. Hier ist jemand drunter. Oh, Jo. Ich hab mich aber gerade Ape-technisch ganz schön angeschlitten. In der Backpack? Ja, hast du ein bisschen schwerer? Ich hab gar keinen Sinn. Also du hast quasi Nike gesagt, richtig? Genau. Ich hab nur Leichte und Energy. Okay. Okay. Ich denke da da. Hier vorne ist noch jemand. Hier oben auf Dach. Ja. 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 Ich muss mich ganz kurz hier. Ja. Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab's gesehen. Ja. 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 Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab ne Sip-Line gemacht. Perfekt. Ja. die hat ein goldenes ist die andere hier ist noch jemand bei uns hier unterm Haus hat Hilt Zip-Line ich bleibe es mal hier sehr schön, holt ihr das Buddy ich muss mir unbedingt die Schildbatterien mitnehmen ich schau mal kurz ob hier jemand ist hast du welche abbekommen von den Schildbatterien? dass ich jetzt alle genommen habe ja ich habe drei, alles gut ich habe noch einen Felix, den wir brauchen wir sind weiter da drüben schon kannst du mal schauen ob du was siehst warte mal was sind die? ah da oben 33er 36er ich kann halt nicht ich habe keinen Zoom hier ja die sind da runter gedroppt ich gehe hinter den Welsen hier ja ich komme hinter uns hier unten hier unten genau hier kommt irgendwo einschießen also zumindest habe ich die Steps nur so gehört ja da drüben ich sehe den Pathfinder hier wir sind zu zweit da drüben ich glaube die pushen mit hinter uns wir müssen ein Stück nach oben gehen ja hier ist auch hier ist auch hier ist auch hier ist auch da ist Gold der Ring nähert sich ich nehme dir das Goldene noch ein Squad der Goldene Flipper hier ok die anderen sind immer noch da unten denke ich ja der ist da drin ich schmeiße eine Granate rein hier ah ok ist weg ich habe genug Granate ich habe genug Granate komm Jo weggelor hat kein Schild mehr schön da treiben auch kein Schild mehr hab ihn wir sind schon im Ring ich muss mich kurz heilen auf die Bänke da geht's in den Haufen geh kurz zurück und hil mich ja lade meine Schilder auf muss kurz nachladen ist die alleine? kann das sein? ist er drin allein der Pathfinder ist ja schon down die hielt ihn das sollte es nicht das sollte es nicht sein das sollte es nicht sein das geht nicht ne da ist noch Heidel ja ich bin hier noch oh oh wow das geht nicht ja fertig alter geil erster duo Runde gleich noch reden wie cool ist das denn? das wird gleich mal gesaved und hochgeladen ja dankeschön für die geile Runde gerne geschehen ihr seid die Apex Champions mega alter auf das Bock Mensch ich war ja richtig aufgeregt oh schön aufgeteilt richtig geil ja ja